Aber was ist in dieser Box drin? Leben. Warum ist hier ein Checkpoint? Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level Per Day. Bloodlaus Bloodlaus Graus von Chico. So, Remaster meines Levels, da ist der Wurm drin, aus Mario Maker 1. Der Weltrekord liegt bei 44 Sekunden, die Abschlussrate beträgt 12,18% mit 24 erfolgreichen 597 Versuchen. 47 Leute haben es gespielt und 9 haben ihm ein Herz gegeben. Dann würde ich mal sagen, let's do this, Chico. Schöne ist, es ist Super Mario World Stil. Das Ganze ein bisschen vertrauter. Wiggler, 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 wiggler. Oh, der Wiggler ist wütend. Und die Wiggler sind auch wütend. Und hier darf ich oben lang zu einem wütenden Wiggler. Aber was ist in dieser Box drin? Leben. Warum ist hier ein Checkpoint? Warum ist da ein Checkpoint? Ich wäre normalerweise unten lang gegangen. Aber okay, Gott. Oh, war ja. Oh, Yoshi. Dass sie die Wiggler schmecken. Also, spielerisch und optisch macht es schon mal einen sehr positiven Eindruck. Zweiter Checkpoint. Okay. Wah. Nein, nein, nein. Nein, Yoshi. Ich habe den Yoshi verloren. Der Wiggler war schuld. Der Angry Wiggler. Oh, tschüss, Wiggler. Den Wiggler habe ich mit in den Tod gerissen. Wer sagt, auf den Wiggler drauf springt, tötet ihn nicht, mag vielleicht recht haben. Aber auf die Plattform, wo er draufsteht, die runterfällt, die tötet ihn. So, also insgesamt muss ich sagen, das Level war optisch schön gestaltet. Es war bildlich, also optisch wirklich ein, kein Gaumenschmaus, aber ein schönes Level. Es war spielerisch ein schönes Level. Und ich muss auch sagen, es war vom gesamten Konzept her gut durchdacht. Es hat Spaß gemacht. Es war abwechslungsreich. Die Gegner waren gut platziert. Ein bisschen vielleicht zu viele Wiggler. Da hätte man vielleicht noch mit dem einen oder anderen Gumba kommen können. Und ansonsten aber von den Mechaniken her wirklich alles soweit in Ordnung. Also es hat mir Spaß gemacht, Chico. Ich freue mich da auf weitere Level von dir. Sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Torhaut Rhein. Tschö, tschö. 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 Vielen Dank.